die bald wieder Jönes Adieu. Nächste Woche komme ich mit meinem Schmutz. Einmal hin. Adieu. Ciao. Tschüss. Abschöpfe, wie so ein russisches Mehter. Tschüss. ... ... ... ... ... ... Hi, soweit habe ich gerade die Tennis-Seite. So, jetzt sind wir wieder am Heuer und das hat Freude. Jetzt hat es vier Tage Sonne gehabt. Die riechen so gut. Tschüss! Die Füße geschnitten. Geist ein Schau, oder? Ja, ja. Ich habe alle Tiere, die nicht trainieren. Das ein Konzentration kommt. Glückwunsch! Tschüss! Neue Chi Chi Baby, ein einziger, Gott sei Dank, ich habe so viele, ich habe schon 40 Chi Chi Lass. Lilla Gete, nackt av dich, annars taue ich dich. Tschüss! Glad Pask! Lilla Gete. Mika, hi. Mika, hat mein Baby bekommen? Mika, hat mein Baby bekommen? Mika, hat mein Baby bekommen? Happy birthday to me, happy birthday with you. Mika, hat mein Baby bekommen? 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 So sieht es aus in der Schweiz. Und so eine Handmaschine ist gesplitten und schöne, und so eine Handmaschine ist gesplitten und so eine Handmaschine. Alle zum heutigen Winter. Schön! Wow! Wow! Wie steht es? Wie steht es? Ich will jetzt essen wie Kaviton. Wie kommt es hier ein? Wie steht es an euch? Wie steht es an euch? Wie könnt ihr das an? Was? Komm anpassen! Puh! Geil! Oh, da sind wir hier drin. So, erst einmal ein Auto fahren. Mit Hund. So weisst du, was er heisst? Franzi und Heidi. Was hast du gesagt? Franzi? Franzi und Heidi. Wo ist der Bärbel? Ja. Es ist großartig, was er? Ja. Kommt. In Tirol ist es gut. Nein. Oktober feiern. Oktober. Fest. Stimmung. Schöne Sommer. Grüße zu Kreiner. Meine Kumpelstiefel. Wo ist Mietzi? Hä? Wo ist Mietzi? Ja. Alle gerne Mietzi. Fünf Hunde und Katz. Das sind ganz süße. Drei neue. Sind Babys g'si. Sind sie fast schon groß. So schön kühlt. Auf Wiedersehen. Auf die Kumpelstiefel. Die Kumpelstiefel. Die Kumpelstiefel. Von der Kumpelstiefel. Und die Kumpelstiefel. Nein, etwa 5 Minuten von Boirona. Ich habe noch nie gesehen. Oh, da hat es ganz viele so grosse Schnecken. Habe ich auch noch nie gesehen in Schweden. Wunderschön. Und keine Leute. Neu gemalt. Das ist jetzt letzten Sommer. Diesen Sommer. Neu gemalt. Und da. Das hübsche Kinderhaus. Galb. Alles neu gemalt. Sieht so super aus jetzt. Die zwei kleinen Häuschen, wie neu. Neu gekauft. Die drei Schildkröte im Schildkröten. Extra vor dem Haus. Auch hinter dem Haus. Oh, die hat knapp geschafft. Tja Knochen. Das ist ja auch eine Schildkröte aus dem Holz live. Die drei haben Tjaunen. Die drei habe ich aus dem Haaren herrn. Sieht so sehr. 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 Ja, das war Marktplatz für die Stadt. Ich passe auf, dass ich mit schönen Kleid ausfüllen habe. Hey, es ist Sommer, nästan. Fünnä äppleträdblommar. Das ist das beste äppleträdet ich habe. Was ist das beste? Ich denke, er hat eine. Und da sind sie klein, so. Oh ja. Und da sind die anderen, alle enthungen. Mika kann ganz hoch kumpen. 1,80m oder Anlauf. So süss. Und da sind sie nicht mehr. Und da sind sie? Doch, ich bin mal. Opa. Das ist Bedeutung. Und das ist ein der nächste Mal, das ist ... chutes Geld. Danke, Professor. Das ist eine 4-Mann-Chance. Ja. Du hast noch nie mehr. Oh, jetzt kommst du mirbeln. Kommt jetzt auch so. Wir kehren, wir sind dich alleine, wir sind Vierter. Ja. Schau sie, schau sie. Kann man eigentlich den Schwanz kürzen? Weil dort immer so dreckig ist. Nein, jetzt darfst du nicht mehr. Aber jung warst du. Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ein bisschen Färben. Fussnägel. Ja, ja. Ja, ich bin sicher. Oh! 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 Ich muss schon noch geheben dicht. Oh, Achtung Vogelchen! Komm! Herr Kollege. Was hat ihr jetzt für ein Bruder? Komm! 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 Mika komm! Ja, gut, in die Richtung musst du rechnen. Jawohl, jawohl, jawohl. Jetzt musst du aber die Leine noch loswerden. Komm! Komm! Ja, wir versuchen mich an, Mika, sommerfrei zu sehen. Wieso? Komm! Drei! Komm! So süß, das ist mein Hund. Wie ist ein kleiner Bärchen? So sehr, drei haben wir überlebt. Hallo, liebe Lieben. Dank der anderen Mama haben wir eine Milch nehmen. Und ich habe drei oder dritte Stunde Milch. So, das ist unser vierter Geissbaby. Wir haben einen Rekord. Zuerst drei und dann haben wir noch einen. Und so schön hier. Eine ganz dichtige Mama. Tschüss. So schön, ich bin ein bisschen. Ich habe es schon zwei. Schau, wie schön. Zwei grossi, relativ gross. Tschüss. So, jetzt ist Pelz. Jetzt haben wir Schnee. Jetzt haben wir ganz schönen Pelz. Tag für einen Tschech. Hier haben wir noch ein ganz schöner Strumpel dazu. Sieht fast aus wie ein Film. Und der ist so schön ruhig. Hoi, Bocki. Und der liegt schön für die anderen. Mr. Bock. Tschüss. So. 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 So.